Herzliche Grüße an alle, die sich an der Kampagne Move for Dementsia 2016 für ein Leben mit Demenz in der Gemeinschaft beteiligen. Heute gibt es viele Aktionen, die Menschen mit und ohne Demenz, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenführen und bewegen. Die Idee dieses Tages ist, Menschen mit Demenz gehören zu uns. Sie gehören in unsere Gemeinschaft, eingebunden ins alltägliche Leben. Wir setzen uns gegen Ausgrenzung und für das Miteinander aller Menschen ein. Dafür muss sich etwas bewegen, auch in den Köpfen. Die Kampagne Move for Dementsia schafft in Deutschland und Europa mehr Bewusstsein und mehr Verständnis für die Krankheit Demenz. Wir können uns dabei in unserem Land auf die Allianz für Menschen mit Demenz stützen. Und auf die inzwischen fast 500 lokalen Allianzen, die örtliche Hilfenetzwerke für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen schaffeln. Auch im Kreis Herford. Mein ganz besonderer Dank gilt den Initiatoren der Kampagne aus den beiden lokalen Allianzen für Demenz in Enger und Hindenhausen. Außerdem Herr Landrat Müller und den Bürgermeistern der neuen Mitgliedsgemeinden, die mit ihrem Einsatz den Landkreis zu einer demenzfreundlichen Region machen. Außerdem danke ich allen Initiativen, Organisationen, Vereinen, Unternehmen und für ihre Beteiligung an diesem Tag und an dieser Kampagne. Radfahren, Wandern, Skaten, Schwimmen und Bullspielen stehen heute auf dem Programm. Aber auch singen. Auch wenn man gemeinsam singt, bewegt sich etwas. Ich wünsche Ihnen einen guten Kampagnentag und hoffe, dass der heutige Tag in ganz Europa etwas bewegt. Für die Menschen, die an Demenz erkrankt sind und für ihre Angehörigen. Denn egal, welche Einschränkungen ein Mensch hat, alle Menschen sollen am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können. Wir gehören alle zusammen. Viele Grüße nach Enger und Hindenhausen und viel Spaß heute.